Ich bin Bettina Ebers, bin medizinische Fachangestellte. Ich bin Schafak Ünzahl, ich bin 18 Jahre alt, habe letztes Jahr im August 2022 meine Ausbildung angefangen als medizinischen Fachangestellter. Dr. Michael Renner, ärztlicher Leiter Radiologie im Sorn seit 2006 niedergelassen als Facharzt für Nuklearmedizin und auch Facharzt für diagnostische Radiologie. Ich führe MRT aus, beide Geräte hier und mache die Mammographie. In der Zukunft betreue ich dann die Auszubildenden. Im ersten Lehrjahr war ich in der Anmeldung und im zweiten Lehrjahr fange ich jetzt im CT an und drittes bin ich dann im MRT. Ich bin natürlich in erster Linie medizinisch tätig, als Nuklearmediziner, aber auch als Radiologe und mein Schwerpunkt ist vor allem MRT-Untersuchungen. Ich freue mich auf den Umzug in die Kurt-Wagner-Straße, weil ich mich da persönlich und beruflich noch mal weiterentwickeln kann. Weil wir dort unsere eine Art Zuby-Lounge haben werden. Da habe ich mich da die modernste Radiologie in ganz Schleswig-Holstein erwartet, mit tollen Geräten, guten Mitarbeitern, helle Praxisräume. Bis zum nächsten Mal.